herzlichen willkommen zu einer weiteren folge auf der karte irgendwo in thüringen 2 wir werden jetzt weiter vorbereiten zur nächsten ernte das heißt wir brauchen dringend ein lkw mit anhänger zum abfahren der ernte schau mal einen guten lkw bis noch ein preis gucken zurzeit dann werben wir uns ein anhänger holen der zum beispiel will geht er muss auch mieten dann brauchen wir mit dem wir auch was leisten können wir probieren wir heute mal nachher aus dann nehmen wir dazu ein maisgebiss cappello 12 meter eben macht das deswegen weil wir alles aber hinfahren müssen das dauert ein bisschen müde Klick. Die Geschwindigkeit müssen erhöhen. 5. Die Geschwindigkeit müssen erhöhen. 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 Das war eine große Position. Spätestens kommen wir hierher zu beginnen. Der hab ich gerammt. Warum haben wir hier Protonleuchte angemacht, dass die auch Bescheid wissen? Aber das kann man sehen sowieso nicht. So, an der man da steht. Und Koppelkremper wird noch ein Thema. Aber es wächst. Mal schauen wie es hier wächst. Oh mein Gott. Oh ja. Oh mein Gott. 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 also das ist richtig so wir haben erst 250.000 so land bräuchte ein stück wald und müsste eigentlich sind wert so viel das schon heftig das geht anschauen was für ein gründer steht für bäume das heißt ein bisschen die großen dinger hier nicht schlecht das ist der große wald keine senke da sind nicht viele bäume das kleine wald hier musst du gewaltig mal auffassen das lohnt sich nicht wirklich sind hier überschaubar also macht keinen sinn so land das müssen die wiese sein das gemeine grund das muss man nicht mehr die wiese die wiese die wiese die wiese Naja, die wird mit nichts. Das bringt nichts. Na, das wäre nichts. Versuchen wir mal einen Pfirhändler. Was kann man hier verkaufen? Werden wir dann sehen. Ich strahle mal hier rein. Aha. Okay, ist wieder zu Ende. Ackerland. Wie viel Geld habe ich sie gekriegt? 425.000. Nicht viel. Ein kleiner Stück Land. Kaufen. Wiese. Schon wieder Gras? Nö. Das lohnt sich nicht, da deswegen ein Holzzeug zu holen. Das kostet alles Geld. Ne, das lohnt sich nicht. Nicht wirklich. Gut, dann mehr muss man nach dem Flug umschauen. Da. Flügel. Dann können wir gleich einen großen nehmen. 550 PS. 620. 10 Meter. Der hat. Höchstens. Der kostet. Dann tun wir den kaufen. Ne, kaufen. Ne, bieten. So, meine lieben Freunde der Landschaft. Das soll es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde gerne mal einen Like freuen. Ich sage schon mal Danke und voraus. Und hört sich und sieht sich vielleicht zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.